Die Sendung wurde live untertitelt. Dann musste ich mir erst mal die beiden PKs angucken. Ansonsten kommt er dann morgen. Vielleicht aber auch noch heute Abend oder Nachmittag. Jetzt geht es hier erst mal um das neue Gerücht vom Kicker, dass Haris Tabakovic hoch im Kurs bei Hoffenheim steht. Es geht auch noch mal kurz, ich habe ja gestern dazu ein Video gemacht, um Fabian Rehse und diese Kombination aus den beiden. Meine Meinung dazu und, das möchte ich natürlich auch nicht unterschlagen, hat am Dienstag war es ja schon unsere U23 in der englischen Woche in der Regionalliga Nordost gespielt. Auch darüber werden wir kurz sprechen. Das haben wir nämlich gewonnen, das Spiel gegen Erfurt. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt doch gerne dran. Und ich würde sagen, weil das natürlich am meisten unter den Nägeln jetzt gerade auch brennt, lasst uns doch anfangen mit Haris Tabakovic. Also Haris Tabakovic, da versucht ja Hertha schon zu verlängern. Die sind in Gesprächen, das hat Tabakovic ja auch in diesem einen Kicker-Interview bestätigt. Vielleicht erinnert ihr euch aber auch noch dran an diesen Wortlaut, der war sinngemäß. Jetzt nicht zitiert, der war so sinngemäß. Naja, ich bin jetzt in einem Alter, ich muss gucken, auch für meine Familie, Absicherung, was da das Beste ist etc. Und da könnte ein Hoffenheim-Transfer natürlich für ihn sehr interessant sein. Ich meine, Haris Tabakovic ist ein Spätstarter, ist mittlerweile 30 Jahre alt, hat dann bei, hat erst in der zweiten österreichischen Liga, dann spät in seiner Karriere super, bei Austria Wien funktioniert, jetzt Torschützenkönig bei uns geworden. Und wenn da ein Bundesligist wie Hoffenheim, die ja auch liquide sind, was Gehälter angeht, lockt, könnte das für ihn natürlich durchaus interessant sein, bin ich mir schon sicher. Und die Hoffenheimer haben laut Kicker eben Interesse und Bedarf an Tabakovic. Also Kicker macht ja meistens jetzt auch nicht random irgendwelche Gerüchte, setzen sie nicht in die Welt, sondern es hat dann häufig schon Hand und Fuß. Und wir sind jetzt genau in dieser Transferphase. Es war sehr ruhig, wir haben gesagt, wir wünschen uns ein bisschen mehr Gerüchte, aber natürlich eigentlich eher auf der Zugangs- als auf der Abgangsseite. Wir wissen aber auch, dass Hertha natürlich immer auch gucken muss, wie wir wirtschaften. Wir haben zwar von der DFL keine Auflage, einen Transferüberschuss zu erzielen, aber aufgrund des großen Kaders, der vielen Gehälter, wo wir auch noch einige Spieler wie Maulida, Buralakis und so, Previak vielleicht eigentlich loswerden wollten, müssen wir da noch einiges einsparen und gegebenenfalls vielleicht auch einen Transferüberschuss erzielen. Das hängt ja immer ein bisschen miteinander zusammen. Wie viele Gehälter sparst du ein? Wo kriegst du vielleicht auch noch eine Leihgebühr, wie bei Conga, Quasigroch, Rochel? Wo sparst du die Gehälter ein? Und was hast du für einen Transferüberschuss? Das ist ja nicht gesondert voneinander zu betrachten, sondern du musst es ja ganzheitlich sehen. Und dementsprechend habe ich ja auch schon öfter gesagt, nicht weil er jetzt gerade vielleicht eine schwierige Phase bisher hat und noch nicht so viel bedient wurde und noch nicht treffen konnte in der neuen Saison, sondern könnte Haris Tabakovic natürlich jemand sein, der selbst spät nochmal die Chance ergreifen will, gutes Geld zu verdienen und auch einer höheren Klasse natürlich zu spielen, weil so viel Zeit hat er nicht mehr, wird er dann 31. Und auch für Hertha könnte es interessant sein, mit ihm Geld zu machen, denn er ist natürlich kein Spieler, wo man jetzt sagen kann, noch ein Jahr und der wird noch viel, viel mehr wert sein. Denn es geht ja bei Spielern über 30 auch immer viel so, oder es geht generell bei Spielerablösen auch immer viel, was könnte der mal wert sein? Das ist ja sehr viel, was man da auch dann immer rein interpretiert oder wo man Potenzial bezahlen muss. Und deswegen könnte es aus Hertha-Sicht natürlich Sinn machen, ihn dann abzugeben bei einer adäquaten Summe, auch wenn das natürlich schwer ist. Du musst am Ende einen Stürmer ersetzen, der 21 Tore letztes Jahr erzielt hat, oder wann 22 und Torschützenkönig geworden ist, zusammen mit Glatzel und Zolles. Also ist jetzt nicht so, dass man ihn unbedingt loswerden will, glaube ich, aber wenn das Angebot stimmt, fällt es einem bei Tabakowitsch eventuell leichter, ihn abzugeben als beispielsweise bei einem Fabian Reze oder über andere Spieler will ich da mal gar nicht sprechen, wie unseren Ibo. Wo dann bei Ibo Maser zum Beispiel, wenn man den später abgibt, auch das Potenzial besteht, dass du deutlich mehr Geld bekommst, sofern du den Vertrag verlängern kannst. Außerdem muss man ja dazu sagen, das kann sich natürlich alles noch einspielen. Ein bisschen Pech hatte Tabakowitsch jetzt auch mit zwei Alu-Treffern ja schon in Liga und Pokal. Sind wir auf der Position ja recht dick besetzt. Also wir haben direkt dahinter Niederlechner, der sich immer wieder jetzt aus meiner Sicht, klar in der Vorbereitung war auf der Acht, aber auch aufdrängt, alleine durch seine zwei Tore und seine Treffsicherheit jetzt wieder nach seiner Einwechslung. Aber auch für diesen Spielstil. Natürlich ist er kein Wandstürmer, der, wenn wir dann mal einen Ball langschlagen, so viele Gegner auf sich zieht und den Ball mit seiner Körperlichkeit festmachen kann. Aber ich würde schon sagen, dass Niederlechner vielleicht der spielerischere der beiden Stürmer ist und vielleicht ja sogar besser in dieses System, wo wir einen brauchen, der eben mitspielen kann und agieren kann mit unseren technisch starken Achtern. Vielleicht sogar der passendere. Und es gibt ja auch nicht wenige Fans, die jetzt schon Schula, den wir ja auch noch haben, oder eben Niederlechner gefordert haben von Anfang an auf der 9er Position. Plus wir haben noch einen Präviag, den man wahrscheinlich am liebsten erst mal abgegeben hätte, weil er eben bisher nicht so die große Rolle spielt. Aber wenn Hoffenheim jetzt kommt und ein Millionenangebot bietet, dann könnte es aus meiner Sicht durchaus sein, dass er uns jetzt verlässt. Das ist normal. Acht Tage ist das Transferfenster noch. Jetzt müssen Klubs agieren, wenn ihre A-Lösungen nicht funktioniert haben, wenn Spieler vielleicht verletzt sind. Und da geht das Transferkarussell noch mal richtig los. Die Hoffenheimer haben auf der Position, wenn man jetzt mal von einem großgewachsenen Stürmer sprechen will, eigentlich nur noch Mergim Berischer, der jetzt nach seinem Transfer auch noch nicht so viel spielen konnte. und ansonsten in der Offensive sind das ja völlig andere Spielerprofile. Also Adam Lozek ist ja dann doch eher einer, der um den Stürmer herumspielt oder es ist halt eine falsche 9. André Kramaric, ganz unterschiedlich ja auch immer eingesetzt, ist ja jetzt auch nicht ein klassischer Boxstürmer, der da auf die Zuspiele wartet, um gefüttert zu werden. Ja, und ansonsten natürlich den jungen Max Mörstedt haben sie noch. Ich glaube jetzt nicht, dass man mit dem schon direkt bei Hoffenheim plant. Brun Larsen, Bülter, die ja dann teilweise auch schon so auf diesen Positionen agiert haben. Wehrhorst ist gegangen. Das führt der Kicker auch an, dass mit Wehrhorst, dass natürlich Tabakovic ein Wehrhorst-Ersatz sein könnte, wobei man die beiden auch unterscheiden muss. Klar, die haben beide eine große Körpergröße, aber Wehrhorst ist ja einer, der sich viel fallen lässt und ein mitspielender Stürmer. Tabakovic lässt sich auch viel fallen, aber ich glaube, da ist Wehrhorst der technisch deutlich versiertere auf jeden Fall als Tabakovic. Also es wäre für mich auf gar keinen Fall ein 1-zu-1-Ersatz, dass man die so vergleichen kann. Aber es würde durchaus Sinn machen, auch aus Hoffenheimer Sicht, selbst wenn Merkin Berisha jetzt funktioniert, dass so ein Tabakovic, sag ich mal, als Backup passt, falls eben Berisha auch wieder verletzt sein sollte. Also ich halte das nicht für komplett unrealistisch. Aufgeführt sind da vom Kicker zwei bis drei Millionen Euro Ablöse, was natürlich nicht wirklich viel klingt jetzt erstmal für uns. Er hat einen geschätzten Marktwert von zweieinhalb Millionen, ist Torschützenkönig geworden und hat noch Vertrag bis 26 und ist derzeit bei uns ja absolut gesetzter Stammspieler und gerade Hoffenheim, die ja anscheinend genug Geld haben, auch durch den Bayer-Verkauf und für Lojek 18 Millionen ausgeben können. Da will man dann schon ein bisschen mehr rausholen. Also Wunschszenario wären ja dann eigentlich so fünf Millionen oder so, vielleicht auch inklusive Bonuszahlung, aber man muss da halt auch immer realistisch bleiben. Ich weiß noch, die Ausstiegsklausel, glaube ich, für Benesch ist ein anderer Bieler-Typ, aber war so bei zwei, drei Millionen und der hat ja eine überragende Saison auch gespielt, auch wenn er eher ein Mittelfeldspieler ist. Oder bei Glatzel war die Ausstiegsklausel, glaube ich, anderthalb Millionen, den ich sogar für technisch nochmal stärker halte als Tabakovic. Klar, das waren jetzt Ausstiegsklauseln, so kann man frei verhandeln, aber wenn der Kicker das schon so schreibt, wird es wahrscheinlich nicht weit über drei Millionen gehen, höchstens mit Bonizahlung, aber wahrscheinlich sind wir dann trotzdem ein bisschen auf das Geld angewiesen, gerade weil wir ja gegebenenfalls noch was auf dem Flügel machen wollen. Ja, es ist keine einfache Situation, aber ich bleibe da bei meiner Meinung. Ich will ihn nicht zwangsläufig abgeben, aber wenn wir jetzt von den Topspielern reden, Rehse, Ibo-Masa, Tabakovic, dann würde ich am liebsten, ich persönlich, wenn wir einen abgeben müssen, am liebsten noch Tabakovic abgeben, weil ich eben denke, dass wir ihn ersetzen können, gegebenenfalls holen wir ja vielleicht auch nochmal dann Tabakovic-Ersatzen günstigen, aber das würde mir am wenigsten wehtun, wenn natürlich jetzt Tabakovic und Rehse gehen, die ja gerade letztes Jahr extrem für unseren Erfolg im Offensivbereich verantwortlich waren, das wäre natürlich ein hartes Brett. Also gestern hat dann, erst hat er ja die Bild darüber berichtet, über das Interesse von Freiburg, wo ich ja schon gesagt habe, erstmal ganz ruhig bleiben. Freiburg ist auf beiden Flügeln sehr gut besetzt. Klar könnte das für Fabi interessant sein, der SC Freiburg. Sie haben wahrscheinlich auch das nötige Geld, weil sie wirklich gut wirtschaften, aber ich glaube, da müsste erstmal einer gehen, so hat es dann auch Plettenberg gestern Abend noch geschrieben, und zwar, dass Freiburg wohl wirklich interessiert ist bis zum Deadline-Day, auch wenn Fabi Rehse eben noch verletzt ist, dass es laut der Bild insgesamt bis zu 10 Millionen Euro geben könnte für Hertha, was schon, glaube ich, klar mit Bonizahlung, aber ich glaube, wenn wir 10 Millionen für Fabi Rehse bekommen können, klar sagen wir jetzt, wie sollen wir den aber ersetzen, wir brauchen ja so schon einen Flügelspieler, aber das ist wahrscheinlich schon fast so eine Schmerzgrenze, wo Hertha kaum noch Nein sagen kann, weil du musst ja auch immer das Risiko abwägen, das wissen wir nicht, aber stellt euch vor, er hat nächstes Jahr irgendwie für 4 Millionen eine Ausstiegsklausel, falls wir nicht aufsteigen, es ist nicht einfach aus unserer Situation, aber beide abgeben wäre schon echt hart, aber bei Freiburg würde ich da erstmal abwarten, auch Plettenberg schreibt im Übrigen, dass dafür erstmal jemand gehen müsste beim SC Freiburg, Roland Scholloi ist ja immer wieder mal so im Gespräch, dass der vielleicht gehen könnte und auch nochmal Geld einbringt, also bei Rehse würde ich erstmal noch abwarten, auch wenn jetzt Plettenberg und die BILD darüber schreiben, ich finde dann, Kicker würde ich gerne noch abwarten, wenn die dann auch darüber berichten, dass Fabi Rehse geht, dann wird es vielleicht heiß, aber derzeit mache ich mir da noch nicht so große Sorgen bei Tabakovic, halte ich es da für realistischer, dass so ein Deal über die Bühne gehen könnte, wie gesagt, seine eigenen Aussagen, unsere Position und auch, ja, er wirkte ja auch ein bisschen, kann man das so sagen von außen, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber ja, optisch nicht ganz zufrieden, vielleicht auch aufgrund seiner eigenen Leistung oder weil er nicht so viele Bälle bekommen hat oder eben, weil er im Kopf auch hat, bleibe ich hier oder gehe ich, man weiß es nicht so richtig, ist alles Interpretationssache, aber das werden jetzt harte acht Tage, ja, ich hoffe, wenn Tabakovic umgeht, wäre mein Wunschszenario als Fan natürlich folgendes, Tabakovic geht, das reicht uns aus vom Geld, wir können noch einen Flügelspieler holen, geben vielleicht noch den einen oder anderen, der keine Rolle bei uns spielt wie Buchalakis oder so ab und, ja, können dafür dann langfristig mit Ibo Maser verlängern, das wäre dann für mich das Optimum, also bei beiden Spielern hätte ich schon echt starke Bauchschmerzen, dann bräuchten wir, also wenn wir jetzt auch noch Reza abgeben, dann bräuchten wir eigentlich zwei Flügelspieler und wo kriegt man die so schnell her, aber ich vertraue da auf Benni Weber und ich denke mal, ja, wir müssen uns jetzt einfach acht Tage leider noch gedulden, bis es dann endlich zu ist, das Transferfenster und wir wissen, mit welchem Kader wir planen können, aber ich habe schon mal gesagt, gerade zum Ende der Transferphase kommen solche Themen halt immer wieder auf und ihr wisst nicht, was jetzt noch passiert, irgendeine Mannschaft hat einen Fehlstart in der Bundesliga oder es verletzt sich jemand am ersten Spieltag und schon flattern nochmal wirklich konkrete Angebote für diverse Spieler bei uns ein, gibt ja auch Klubs wie Mainz, die zum Beispiel viel Geld zur Verfügung haben, also mal gucken, was da noch passiert, ein bisschen Ungewissheit ist da, was aber schön ist, unsere U23 hat gewonnen gegen Rot-Weiß Erfurt, früh nach neun Minuten 2-0 geführt durch Tore von Passi Clemens, der unter anderem auch gespielt hatte und Aiwasi, der so ein bisschen axakal das Tor weggenommen hat, Hertha hat auch ein gutes Spiel wieder gemacht, man merkt auf jeden Fall schon die Handschrift vom neuen Trainer und seinem Team Rian Hasanovic, 2-1 gegen Erfurt gewonnen, spät noch den Gegentreffer bekommen, der Torschütze von Erfurt hat dann im Übrigen noch die gelb-rote Karte bekommen, aber das ist jetzt der zweite Sieg, nachdem man ja am ersten Spieltag Greifswald geschlagen hatte, 4-4 Tore nach vier Spielen, sehr ausgeglichen, sechs Punkte auf Platz sieben, finde ich läuft ganz okay für Hertha, zwei Siege jetzt, zwei Niederlagen, mal gucken, wie es weitergeht, ich drücke da unseren Bubis, kann man also sagen, aus der U23 auf jeden Fall die Daumen, dass da viele eben auch Spielpraxis sammeln können und sich weiterentwickeln können, Aiwasi ist ja jetzt schon des Öfteren durch ein Tor aufgefallen, der junge Mann hat glaube ich auch schon bei den Profis mit trainiert, wenn ich das richtig gesehen habe, also das ist immer ganz interessant, sich da eigentlich die U23 anzugucken. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ohne jetzt gleich panisch zu werden, noch ist ja nichts fix, das sind ja erstmal alles nur Meldungen, was ihr denn von den Gerüchten rund um Haris Tabakowitsch und Fabian Rehse haltet. Wenn ihr mein Video zu Rehse gestern nicht gesehen habt, könnt ihr euch das auch gerne angucken und ich würde sagen, das war jetzt ein kurzes Update, vielleicht sehen wir uns heute, vielleicht sehen wir uns morgen in einem neuen Video, einen Stream wird es heute nicht geben, ich hoffe ja, dass ich am Wochenende dann meinen Computer aufgebaut bekomme, vielleicht spätestens dann nächste Woche, dass wir dann auch wieder normal streamen können, aber vielleicht gibt es heute Abend oder morgen wie gesagt dann noch den Vorbericht auf das Heimspiel gegen Regensburg, wo ja auch ordentlich Feuer drin ist, weil das Spiel sollte man auf jeden Fall schon gewinnen, das muss mindestens unser Anspruch sein, dass wir unser zweites Heimspiel zu Hause dann eben unseren ersten Sieg einfahren gegen Aufsteiger aus der dritten Liga. So, in diesem Sinne, morgen dann schönen Start ins Wochenende, ich hoffe das Video hat euch gefallen und ja, jetzt heißt es Daumen drücken, dass das alles für uns so läuft, dass wir am Ende einen richtig guten Kader zur Verfügung haben. In diesem Sinne, hau he und ciao.